Hallo Florian. Hi Fredolina. Was hast du da für einen schicken Hut auf? Den muss ich aufhaben. Wieso? Ich muss so ein Video machen. Was denn für ein Video? Ich muss ein Lied singen, das mag ich gar nicht. Dazu hat mich der Stefan verdonnert. Welches Lied denn? Lars Christmas. Lars Christmas? Wer ist denn Lars Christmas? Nein, Last Christmas. Ach, Last Christmas von Wumm. Das kenne ich auch. Darf ich vielleicht mitsingen? Das können wir gerne machen. Ich glaube, dann wird bestimmt viel schöner. Okay, gut, dann lass uns gleich anfangen. Bist du bereit? Ja. Wirklich? 100%? 1, 2, 3, 4. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone special. Ha, 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 ha. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone special. Ha, ha, ha! Ja, super, das ist was du schon immer machst du.